So, das ist ja nicht der Name, der hat mir hier. Das ist auch nicht der Schauskammer, oder? Aber das ist mal, das ist ja nicht der Name. So, da sind wir. Jo. Klär uns dann mal noch über deine Ja klar, kein Problem Jetzt kommen wir gleich mit nichts snipen, keine Panzerfaust, keine Panzerfaust, Snubles Panzerfaust und Granatwerfer sind auf jeden Fall verboten Gott sei Dank Ach du Scheiße Gott sei Langweilig Das machte kein Sinn in Spielwiese Endlich Keine Scheißwaffe Auj du Spasti Auj 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 Bro? Er hat wieder nichts mitbekommen, der Spasti. Maui! Maui! Ja, ich bin noch Team 2! Ja, Party du Spasti! Achso, wir sind Team 2. Warte, ich mach Party. Ja! So, hast du's jetzt geschafft, Mann! Bro, wo landen wir? Wo landest du? Ich geh einfach Shifty! Ja, easy, ich geh Pleasant! Ich hab keine Ahnung, da hab ich schon Chris abgezogen. Ein Kollege ist kurz bei mir. Aber ein bisschen nicht, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, das ist aus. Ich hab keine Ahnung. Ja, du hast den ganzen Tag OED war. Ich hab keine Ahnung, da war das. Ja, ich hab den ganzen Tag OED, Die Ahnung ich hab da. Da war es so. Dann kam es noch keine Ahnung, das war es so. Wenn du einen Heavy-Sniper findest, sag Bescheid bitte. Wenn du einen will. Ami! Hey, Yannick, was ist das? ich hoffe es läuft heute ich habe glaube ich gefühlt zu wenig Zeit ein bisschen zu looten so was gibt es hier schönes, P90 direkt gönnen SK auch direkt gönnen SK auch direkt gönnen 1. Du bist voll leise Boah jetzt noch mal, was was los? Was was los? Ich hab Eis essen, ich hab grad schickste Eis in den Pelz Dann is schneller Ich hab gesagt wenn du eine Heavy Snipe findest, zack, geschäppig Heavy Snipe? Ja und falls du eine findest Ja dann flaxen wir Hier, fag nie, das sind wir hier. Boah, das ist weg. Boah, gibt's das MG wieder? Ja, ja. Krass. Krass. Eben, deshalb müssen wir extrem aufpassen. Hast du auch gemerkt? Boah, ich sag, ich werde jetzt hier vielleicht auch. Aber es fängt schon an, oder haben wir eine längere Mietzeit jetzt? Nein, nein, 50. Einer ist schon direkt vor mir. Aber er weiß, glaube ich, sie weiß, glaube ich, nichts davon. Okay, es sind beide da. Der Osterhasen-Skin ist etwas stärker als der andere Skin. Nur, dass du Bescheid weißt. Läger haben. Ja, ich sag's nur, Bro. Ja, sie ist auf jeden Fall stärker als er. Das wollte ich damit sagen. Okay. Ja, ich hab vorhin auch mit ihnen gespielt. Hier ist PUSHB hoch. Nächsten mal eine scheiß Pompole. Da haben sie sich irgendwo Heimgrund geholt, glaube ich. Die sind auf dem Berg, glaube ich. Ja, da sind sie auch rauf vorhin, aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind aktuell. Ey, oh mein Gott, ey, nein. Oh, ich wollte gerade schon sagen, Alter. Was denn? Ich hatte gerade in 10 Sekunden den Bug, dann ist er unnissbar war mit der Waffe. Ich wollte gerade schon sagen, dass er unnissbar war mit der Waffe. Ich wollte gerade schon sagen, dass er jetzt nicht rumfägt. Ich wollte gerade schon sagen, dass er jetzt nicht rumfägt. Äh, Big Ben. Ja, und eine, äh, sie ist drin und er ist Big Ben. Baut sich gerade rein. Sie ist im Haus drin. Sie ist im Haus drin. Nein, wir spielen, nein, wir spielen doch Spielwiese, wir hätten noch so einen, das war nicht normal. Dann hätte ich, klar, ich hätte das voll ausgenutzt sollen, oder? Ich brauche auf jeden Fall noch einen scheiß Sniper oder so. Da geben wir zwei. Grüne Automate, Alter, GG. Komm her, Hase, komm her. Ich gucke, dass ich sie irgendwie von der Seite hole. Ja, ich gehe hier, äh, die Fake-Double-Ali, oder die gehen da ganz weg. Ja, ja. Sie ist auf jeden Fall unten im Tunnel, der andere ist um den Big Bang, kriegt von mir Bang-Bang ein Headshot. Weiß, weiß. Ich muss die, ich muss die kleinen. Unten. Ich muss die, ich muss die kleinen. Unten. Ja, ja, GG, Alter. Guck mal, ob hier der steht. Ja, ja. Alter, eben, Minigun, Alter, GG. Der Typ geht mir auf den Sack mit der scheiß Minigun, Alter, das ist doch nicht normal. Jetzt, ehrlich, ohne Scheiß, Alter, wie kann man nur so spielen? Rechts, 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 rechts. Sie ist rechts. Von dir. Ich hole sie von hinten. Nooo. Nooo. Warum war er mir zu besser, ist doch voll. Ich wüsste, wo sie hin ist, ne? Kann er echt gut, Alter. Vor allem, er stand einfach im Versuch, auf den Rücken schrumpft. Ja, voll. Dreck, Gegner bei mir. Ja, bro, ich brauch ne, ich brauch ne, ich brauch ne Sniper unbedingt, weil, ich hätte ihn jetzt dreimal voll wegfetzen können, wenn ich ne Sniper gehabt hätte, aber das geht alles zu lange. Du hast die, direkt auf den Fuß. Ja, ja, okay, ich hab jetzt zumindest ne Dings. Alles in Gold, außer halt die Sniper oder so. Egal, nur schuldig. Oh, ist mein Feuer, schuldig, sonst, ja, oder? Äh, ich weiß gerade, ich guck mal draußen, direkt rechts. Da hat man was draußen, Feuer da. Bei einem Falle eben, raus, raus. Da hat er meine Rose, ich hab doch ein Feuer gehabt. Ja, extrem stressig mit Minigun, Alter. Aber wenn man sich damit gut fühlt, soll man machen. Das heißt gut, da kann man im Garten mit keinem Volk kriegen. Ja, das ist gut. Eine Sekunde. Vielen Dank. Schütze, f*** wo, wo sind die? Was ich meine? Aber die scheiß halber automatische Sniper geht mir auf den Sack, Alter Ähm Ich sehe ich sehe Tschüss Hier oben, ne? Ich glaube auf jeden Fall einfach, aber ich weiß nicht wo der andere... Random oben läuft Ich weiß noch einen Sechsen und einen Slurp Team, wenn du kurz hinkommen mag Ich glaube er kommt in meine Richtung, ne er rennt von mir weg Baut sie eine Base da oben Bauen sich beide eine Base, Bro Ja, ich fühle dich da auch hoch, aber ich weiß nicht wie ich spiel Das kann man doch nicht, da ist neben sowas Digga, ohne Scheiß, was soll das von den kleinen Bastards? Ich schieße jetzt runter Tut mir leid, Alter, wie kann man so nupack grad spielen? Haben zwei Kids Vorsprung und hauen sie direkt da oben ab, Alter So Ich sage ja ich brauche einen Heavy Sniper Abtacken, zack Hapsi 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 Alter, er ist so ein random Black-Mechamatsch Ah, ich weiß, ich hab's gesehen Oh, fuck, Alter Viel zu spät gesehen Abgerutscht, Bruder Mann, ich will ne Sniper Das kotzt mich so an, Alter Sie sind wieder da oben, Bro Okay, er nicht, er fährt mit dem Dings herum Ah, ich seh ihn, ich seh ihn Wo, 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 Digga, wo Ich bin schon bei ihm, ich bin schon bei ihm, Bro Ich hab ihn Sie hat jetzt, sie hat jetzt Hapsi ist runtergefallen Ja, eben Hapsi haut ab Ja, aber ich seh sie nicht Ja, jetzt runter Da unten irgendwo muss sie sein, oder? Komm, ich wette, sie ist im Keller Ach Er hat mich getötet Von oben Von oben Digga, was ist das, Alter? Ich krieg die ganze Zeit vom Mädchen aufs Maul, Alter Ja, sie ist gar nicht schlecht Nur er ist komplett broke Junge Entschne Freundinnen, die wollen besser als ich Schocken, als hell Wie sagst du? Äh Ja, das Ding ist, sie campen sich jetzt halt da unten ein Ja, wie viele Kills sie besteht eigentlich Äh Sieben Kills Hier, fünf Ja, GG, Alter Die schießen wieder von drei Seiten, Mann Ja, genau Oh Ja, genau Bau dich ein Samuel Bode Bode Mann Bode 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 Ich hab ihn Ich weiß es nicht, sie hat nur auf mich geschossen Ich hab keine Ahnung von wo Oben, beim Haus Ich hätte nicht mit der MG gesehen Sie ist auf jeden Fall so low Ey, die ist eigentlich Boots Dann kannst du einen beampfen Der spielt mit Dings Halberautomatischer Sniper Also ein richtiger G Lutsche, Alter 9-6, Bro Warte, drück Ich geh mir so auf den Sack, Kralle Sagst du, wie siehst Was für Pros, Bro Was für Pros, Alter Was für Pros, Alter Das kannst du nicht ernst nehmen, so wie die spielen Ganz ehrlich Wieso Pros Erdorch Löhre hat Ne, ganz Erdorch Löhre hat uns durchgehend mit Minigun, Alter Was ist daran Gut Ganz ehrlich Nein, nicht gut, aber das sind grad so ficken, Alter Warum können die das nicht so, wenn wir so ganz normal spielen Das check ich nicht Weil da sind die größten Boots und die sind direkt immer alle niederdurchdreht Also scheiß immer so Das hat so ein paar Mal mit dem nicht Alter, der kämpft im vollen Ernst ganz ganz oben Ich schwöre Ich brauche einen Sniper Ich schieße das jetzt einfach runter, Bruder Und tschüss Wann, Junge Wenn er oben kennt Ich bin die zerbe Schuld, Alter Ich bin die nächste Fotze Ja, ich komme, ich komme Ich komme, ich komme Zeig dich, du Fotze auf 210 Zeig dich, du Lelbe Fotze, Junge Dein Freund hab ich schon eliminiert, Junge Mädchen, Zogi hier Die ist jetzt auf mehr hinkommen Jetzt pushen wir hier Ne, sie ist neben uns sie ist runter gesprungen der Typ ist runter gesprungen oh man sie landet schon wieder dort oben bro ja 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 und er wieder mit minigun alter gg von wo von wo ja vor mir keine ahnung von wo genau ja klar alter so ein bastard man das gibt es doch gar nicht wir können solle leute eigentlich fortnet spielen gg bro wo ist er und wo hat der wichser mich runter geschossen ich schwör ich fix ein leben er hat irgendwo vor mir geschossen das weiß ich wo ist die frage ja ich komm ich komm ich kann ich schneller bro ich bin extrem weit weg von dir ich glaub sie ist wieder oben sie ist ja bei dir ja nice pro und er wieder mit minigun gg ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Ich hab sie! Hab sie! Den hab ich gleich auch! Er kommt da! Er ist hier unten! Wo? Irgendwo hier! Ich hab ihn! Ist sie wieder oben? Ja, er ist hier! Hab sie! Digga, komm mal hier weg! Wir müssen jetzt mal abchecken! Er landet wieder bei mir! Ah, schießt sich runter, sorry! Ah, digga! Der landet noch mal hier durch! Digga! Der landet noch unten im Sportpark! 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 Ich hab noch! Ich bin hier gerade voll im Wüster-Fight-Ding! Wir sehen uns! Yo, kein Ding! Wir sehen uns! Wir sehen uns! Wir haben jetzt noch mal in den Kissen! Wir haben jetzt beide Gruppen verlassen! Ahahahahahahaha! Ahahahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Ahahahahahahaha! Gg! Wir haben jetzt beide Gruppen verlassen! Sie ist schon da! Jetzt was? Hä? Ich glaub sie müsste schon da sein! Oder nicht? Ich glaub beide! Ich hab nur gerade gesehen die Erdgruppe verlassen! Nein, sie ist hier! Komm, wir pushen! Ich weiß nicht mal! Ah, hier! Unter dir! Unter dir! Unter dir! Meinst du hier? Mad, alter! Du bist grad so'n Randy, alter! Nun, nun, nun! Nice! Ich weiß nicht! Hat der Gruppe verlassen? Ja, er ist raus, Bro! Ja, aber warum, alter! Macht ja jetzt keinen Spaß mehr! Ja, man kann nicht verlieren! Man kann halt nicht verlieren! Das ist halt... Ne, denken die nicht! Ich habe nämlich gefragt und sie haben nichts gesagt! Sie ist... Ja, genau! Boah, was? Ich hab sie gar nicht gesehen! Er sagt einfach ja, sie ist ja genau! So! Boah, ich warte, das wäre kein Spaß! Ich kann's auch gegen die alten... Komm! Die Trocken sind mal ein bisschen... Slipy! Haha! Ja! Roll sie von hinten! Bist du im Haus? Unter mir! Alter! Ich treffe grad gar nichts! Das gibt's doch gar nicht! Nein! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 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 ich sehe nicht. Oh mein Gott, Alter. Warum hast du nicht Ja gesagt? Wurde, dann hätte ich Granaten mehr von Uni gemacht, Alter. Hättest du einfach mal Ja gesagt, Digga. Ja, wo kämpft sie jetzt? Immer noch. Sie hat ja gar nicht immer noch was eben was gebaut. Aber ich bin hier oben. Ja, ich bin hier oben. Ja, ich bin hier oben. Fuck off. Hauptsache, ich fliege runter, Mann. Aber egal, jetzt habe ich wieder 100 Leben. Ja, ich bin hier oben. GG, Bro. Er landet wieder da oben. Ich zieh's nicht runter. Warum das denn einfach? Ja. Wisst ihr? Weiß ich nicht. Ach, ne ich schon. Man hat doch keinen Spaß hier, jetzt habt ihr doch, falls ihr mich infiziert. Hier. 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 Hier,哪her. Hier. Hier. Här. Hier. Okay. Ich will es nur um abhauen, Alter. Ja, ich würde sagen, das war's, oder? Da er ja so überstürzt abgehauen ist. Also, was ist mit der, wie hoch will die sich noch bauen? Ja, ich würde sagen, das war's. Ja, ich würde sagen, das war's. 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 Ja, das war's. Ich würde sagen, das war's. Das war's. Ich würde sagen, 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 das war's. Vielen Dank. 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 Ja, liebe Freunde, das war's. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Gratis-Follow da, liebe Freunde. Und ja, ich würde sagen, die zwei wurden rasiert, auch wenn es ihm nicht gefällt. By the way, dass ihr Bescheid ist, dass ihr Bescheid wisst, liebe Freunde, er hat in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ich und Baui haben gekämpft. Ich sage nur, ich sage nur so viel, lieber Welt, ich sage, wer gekämpft hat, ich sage, wer gekämpft hat. Bis dahin, bis dahin, reingehaut, bis dahin, reingehauen, euer Parkjoo.